Die Sonne ist am aufgehen und wir sind schon wieder unterwegs. Herzlich willkommen auf der Fruchtoase. Mein Name ist Marc und heute wollte ich euch gerne mal mit in die Stadt nach Kaguasu nehmen und euch ein paar Eindrücke von der Straße geben und von der Innenstadt. Ich bin hier gerade auf dem Weg vorne zur Straße zu laufen. Da wartet ein Nachbar von mir, der Remo. Mit dem fahre ich heute mit. Guck mal, was uns heute alles erwartet. In diesem Sinne viel Spaß beim Video. Remo wartet schon vorne, optimal. Du passt dich schon aufs Haus auf, hast du gehört? Drüben wohnt mein Nachbar Pablo. Das ist die Straße und los geht's. Wir sind unterwegs in die Stadt. Die Sonne geht gerade auf. Genießt die Fahrt, Leute. Ein paar Eindrücke. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir nähern uns der Route an. Schöne Mangobäume. Hier wir go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Mercedes. Downtown, baby. Stand-up-stille für heute. Check out. Die Elektrizitätsleitung, schaut euch die Elektroleitung an. Schöne Mangobäume. 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 Ok, ich geh mal raus. Und durch. Und durch.